Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter vor 8. Es ist ausgesprochen mild im Moment bei uns. Und das bleibt es auch in den kommenden Tagen. Es ziehen zwar immer wieder Tiefs über uns hinweg, die haben auch kräftigen Wind dabei. Sie sehen es hier an der engen Drängung der Isobaren, der Linien gleichen Luftdrucks. Aber da die Luftmassen sich ja gegen den Uhrzeigersinn um ein Tief drehen, bringen sie uns mit den dazugehörigen Warmfronten auch sehr milde Luft. Ganz anders dagegen Hochdruckeinfluss im Moment über Skandinavien im Süden Finnlands. Morgen Höchstwerte von minus 15 Grad. Und diese eiskalte Luft, die wird bis weit nach Süden transportiert. Bei uns heißt das eben Temperaturen, die deutlich über dem liegen, was man sonst erwarten durfte. Heute gab es selten Sonne, zwei dichte Wolkenfelder und leichten Regen. Aber eben auch Temperaturen in einem Bereich, die so gar nicht Anfang Januar tauglich sind. Die Höchsttemperaturen am Nachmittag, Emmendingen beispielsweise 13,5 Grad. In den Nordosten aber war schon kalte Luft geflossen. Deswegen dort heute Nachmittag, Bart 4,6 Grad, da war es am Morgen noch deutlich wärmer. Und es geht auch mit einem solchen Mix aus Tiefdruckgebieten, mal Regen, dann wieder längere trockene Phasen weiter. In der Nacht haben wir es noch mit Regen einer Warmfront zu tun. Das ist nicht viel, es tröpfelt immer so ein bisschen. Es gibt auch leichten Sprüh- oder Nieselregen. Und der kommt noch etwas weiter nach Osten und Südosten voran. Direkt am Alpenrand gibt es Auflockerungen, genauso wie auch Richtung Ostsee. In Schleswig-Holstein kann es auch mal kräftiger regnen. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte von meist 11 bis 0 Grad. 0 Grad dort, wo auch längere Zeit die Sterne zu sehen sind. Am ehesten über der Mecklenburger Seenplatte und Richtung Vorpommern. Dann morgen Vormittag, dichte Wolken über der Mitte, nach Norden hin noch abziehender Regen. Im Süden zwar ziemlich dicker Nebel, dafür aber auch die Chance auf etwas Sonnenschein. Und hier ist es längere Zeit trocken. Dann kommen aus Westen neue Wolken, die am Nachmittag über der Mitte verbreiteter ein paar Schauer bringen können. Das heißt, zwischendrin gibt es auch mal trockene Phasen. Das ist dann die Kaltfront. Von Nordwesten her lockert es auf. Und auch südlich der Donau passiert nicht viel in Sachen Nass. Da aber kann es wirklich den ganzen Tag trüb mit der Nebelsuppe bleiben. Und im Nebelgrau dann auch gerade mal so 8, 9 Grad. Ansonsten gehen die Temperaturen rauf auf 10 bis 14 Grad. Das alles bei deutlich spürbarem Wind. Vor allem nach Norden und Nordwesten. Rund um die Nordsee weht der Frisch bis Stark. Im Süden nur schwach. Die nächsten Tage bringen erst einmal Zwischenhocheinfluss am Samstag mit Sonne und Nebelfeldern. Am Sonntag kommt dann aus Westen ein neues Regengebiet. Höchstwerte 4 bis 13 Grad. Einen schönen Abend. Am Sonntag kommt dann aus Westen. 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 Am Sonntag kommt dann aus Westen.